Fitness mit Marc, Best of. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Er trägt gern T-Shirts mit kryptischen Hashtags auf der Brust. Marc Maslow. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleibend Fitnesscoach von Marathonfitness.de. Lass uns heute über das A der Marc-Formel reden, die ausgewogene Ernährung. Du lernst heute die 11 besten Lebensmittel zum Abnehmen kennen. Lebensmittel, die dich satt und außerdem zufrieden machen. Also, bis gleich. Diese Fitness mit Marc-Folge wird dir präsentiert von Audible.de. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot und als Abonnent kannst du jeden Monat ein beliebiges Hörbuch frei wählen und behalten. Ich habe seit vielen Jahren ein Audible-Abo und die meisten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, habe ich eigentlich gehört. Beim Sport, beim Wäsche waschen, beim Einkaufen oder beim Spazierengehen. Das Abo kostet normalerweise 9,95 im Monat. Es sei denn, du hörst Fitness mit Marc und gehst auf fmmbuch.de. Dann bezahlst du nur die Hälfte, 4,95 pro Monat und zwar für ein halbes Jahr. Dieses spezielle Angebot gilt wirklich nur für Fitness mit Marc-Hörer. Also geh auf fmmbuch.de, trag dich dort ein und spare 50% für ein halbes Jahr. Die Seite heißt fmm wie Fitness mit Marc, buch.de. Okay, genug Werbung, zurück zur Folge. Wer braucht schon Fatburner? Heute geht es um echte Lebensmittel und zwar 11 davon, die dir wirklich dabei helfen abzunehmen und dir die Power geben, die du brauchst, um deine sportlichen Ziele zu erreichen. Das sind meine persönlichen Fetterbau-Favoriten, das vorweg gesagt. Und für dich sind vielleicht ein paar gute Ideen dabei. Also sieh das Ganze, sieh die heutige Folge mal als Buffet, wo du dir die Dinge rauspicken kannst, die du einfach mal testen willst und die du gerne magst und gerne ausprobierst. Und bevor wir einsteigen, möchte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken für alle Zuhörer, die sich die Zeit genommen haben, diesen Podcast zu bewerten auf Apple Podcasts. Da gibt es eine Bewertungsfunktion, bei anderen Playern gibt es das nicht. Und ich lese jede einzelne Bewertung. Deswegen freue ich mich über das viele, viele positive Feedback. Und ich freue mich auch, wenn jemand einen Verbesserungsvorschlag hat oder Kritik. All das lese ich mir durch und nehme es mir zu Herzen. Hier ist zum Beispiel die Fünf-Sterne-Bewertung von Nora3141 aus Luxemburg. Mensch, auch in Luxemburg wird dieser Podcast gehört. Und sie schreibt, ich habe mich vor einigen Wochen den Dranbleibern angeschlossen. Herzlich willkommen an Bord. Hast also den Newsletter abonniert. Und verfolge seitdem begeistert deinen Blog und Podcast. Und sie schreibt, sie hat immer schon viel Sport gemacht. Und seitdem sie hier dabei ist, hat sie einige Dinge verändert. Zum Beispiel einen neuen Trainingsplan durchdacht. Und sie schreibt, ich versuche sowohl im Training als auch im Alltag gelassener zu sein. Und fokussiere mich mehr und mehr auf die bisherigen kleinen Erfolge. Auf diese Weise fiel es mir nach nur einigen Wochen auf, dass ich große sportliche Fortschritte machte. Und so langsam stellt sich auch ein neues Körpergefühl ein. Dementsprechend kann ich die Tipps und Tricks von Marc nur weiterempfehlen. Wer sich darauf einlässt, wird schnell feststellen, dass die Arbeit gut durchdacht, recherchiert und sehr hilfreich ist. Vielen Dank. Ja Mensch, vielen, vielen Dank. Und ja, ich will mich hier auch nicht nur selbst beweihräuchern, indem ich Fünf-Sterne-Bewertung vorlese. Hier ist auch zum Beispiel eine Ein-Stern-Bewertung von Andy Way Andy Way. Und er schreibt, alles fein, bis die Amazon Fresh-Empfehlung kam. Du bestellst mehrfach in der Woche. Die Umwelt ist dir wohl ganz egal. Ganz schwach. Ja, Andy, danke auch für deine Bewertung. Ich habe mir da tatsächlich Gedanken gemacht, ob ich der Umwelt einen größeren Gefallen tue, wenn ich einkaufen fahre. Und das war bei mir in dem Fall tatsächlich häufiger mit dem Auto, weil ich eben auch größere Mengen transportieren darf. Oder ob ich es halt bei Amazon Fresh bestelle. Und für mich ist das Ganze von der Idee her eher sowas wie Carsharing. Denn da werden ja einige Einkäufe in ein Fahrzeug zusammengefasst und dann in dem optimalen Weg ausgefahren. Und dadurch, zumindest ist das meine Hoffnung, auch letztendlich Kraftstoff gespart. Und das Ganze läuft hoffentlich ein bisschen effektiver auch für die Umwelt ab. Das sind meine Gedanken dazu. Ich bin allerdings natürlich kein Umweltwissenschaftler. Kann auch sein, dass ich mich da irre. Also wer sich da gut auskennt und da studieren kennt, immer gerne her damit an podcast.marathonfitness.de. Ich halte das für vertretbar, das online zu bestellen, weil es eben effizient ist und auch effizient geplant ist. So und zum Schluss nochmal die Bewertung von Megane31083 aus Österreich. Hashtag Drinbleble, also Drantleiber. Danke Marc für den super Podcast. Dann kommen weitere lobende Worte. Und am Ende, PS Marc, was würdest du denn in einer Bar bestellen? Hm, gute Frage. Ich würde, je nachdem wie spät es ist, ich bestelle tatsächlich häufig auch einen doppelten Espresso, weil ich den sehr gerne trinke, wenn ich keinen Alkohol trinken möchte an dem Tag. Ansonsten ganz langweilig ein Wasser mit Kohlensäure. Bei mir darf es auch ruhig mal eine Cola Light sein. Und wenn ich was mit Alkohol trinken möchte, dann trinke ich gern ein Glas Rotwein. Oder ich trinke gerne in der Bar, geht man vielleicht eher in Richtung Cocktail. Das kommt auch aufs Ambiente drauf an für mich. Da bestelle ich gern Skinny Bitch. Sehr fitnesskomfantibel. Geht so ein bisschen in die Richtung von dem Norkel Margarita, den ich auch hier im Podcast schon mal vorgestellt habe, glaube ich. Ansonsten findest du das Rezept auch bei mir auf dem Blog. Ja, vielen Dank stellvertretend für alle anderen über 2000 Bewertungen, die es inzwischen gibt. Falls du noch nicht bewertet hast und über Apple Podcasts zuhörst, freue ich mich, wenn du dir die Zeit nimmst. Und ich freue mich auch sehr, dass du dir die Zeit nimmst, überhaupt hier zuzuhören. Das ist eigentlich das größte Kompliment, das du mir machen kannst, deine Zeit zu schenken. Und ich hoffe, ich kann ein bisschen was zurückschenken mit dieser heutigen Folge. Und jetzt kommen wir dazu. Wir waren ja bei den elf besten Lebensmitteln zu abnehmen. Und ja, das war natürlich ein bisschen reißerisch formuliert. Und es ist auch immer so eine Sache mit den elf Top-Lebensmitteln. Genauso wie wenn ich dir sagen würde, das sind die top besten Übungen überhaupt. Einerseits lässt sich das natürlich gut wegsnacken. So ein Inhalt, wenn man das sieht. Und andererseits wirkt das manchmal ein bisschen steril. Deswegen habe ich mir mal folgende Fragestellung überlegt. Stell dir mal vor, du würdest einkaufen gehen und dürftest nur elf verschiedene Lebensmittel in deinen Einkaufswagen reinpacken. Welche nimmst du und warum nimmst du sie? Die heutige Folge ist meine Antwort auf diese Frage. Ich tendiere generell zu möglichst sattmachenden Lebensmitteln. Das hat einen einfachen Grund. Denn ohne diese Sattmacher fällt es mir persönlich schwer, meine Form zu halten. Mir ist dann schwerer, schlank zu bleiben. Und wenn ich abnehmen möchte, dann ist das natürlich auch extrem schwer. Dann würde das nur funktionieren, indem ich hungrig bin oder aufhört zu essen, wenn ich eigentlich noch weiter essen möchte. Apropos übrigens, es gibt eine faszinierende Studie aus dem Jahr 1995. Schon ein bisschen her, aber die Studie ist immer noch aktuell. Denn was die Wissenschaftler damals untersucht haben, für 38 verschiedene Lebensmittel, ist wie lange eine bestimmte Kalorienmenge. Also die haben immer genau 240 Kalorien verköstigt an ihre Probanden verschiedener Lebensmittel und haben dann gemessen, wie lange machen diese 240 Kalorien unsere Probanden satt. Die Lebensmittel, die ich dir heute vorstelle, die haben so einen hohen Sättigungswert. Das heißt, wenn du davon die gleiche Kalorienmenge isst, wie von anderen Lebensmitteln, die weniger satt machen, dann bleibst du einfach länger satt. Und das ist natürlich eine gute Idee, wenn du abnehmen möchtest, denn wenn du immer satt bist oder möglichst lange satt bist, dann isst du auch nicht so viel. Denn das, was entscheidet, ist ja die Kalorienbilanz und die können wir hier gut manipulieren. Also hier sind meine Top 11 in willkürlicher Reihenfolge genannt. Nummer 1 ist die gute alte Putenbrust. Putenbrust ist als Eiweißquelle schwer zu toppen, weil du sie einfach so flexibel einsetzen kannst. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja und was ist mit Steak? Steak ist auch gut, mag ich auch gerne. Und Putenbrust ist als Lebensmittel zum Abnehmen noch einen Flügelschlag weiter vorn. Die Haut darfst du dann in dem Fall ganz gerne weglassen. Der Grund ist folgender. Putenbrust hat einen Eiweißquotienten von 23 und Steak hat nur 17. Ja, was ist jetzt Eiweißquotient eigentlich? Wird übrigens abgekürzt mit EQ. Nur das ist ein Wert, den ich mir selbst habe mal einfallen lassen. Und zwar um rauszufinden, welches sind die eiweißreichsten natürlichen Lebensmittel der Welt. Und ich habe einfach mal ausgerechnet, wie viel Gramm Eiweiß enthält ein Lebensmittel pro 100 Kalorien. Also nicht pro 100 Gramm, sondern pro 100 Kalorien. Und wenn du da wissen willst, was da rausgekommen ist, dann schau einfach mal in die Showloads. Da habe ich dir die Liste der 100 eiweißreichsten Lebensmittel der Welt verlinkt. Die kannst du dir auch gerne runterladen, wenn du möchtest. Also, warum jetzt Putenbrust, die schlägt sich einfach ein bisschen besser in dieser Liste als andere Fleischsorten. Nehmen wir mal als Beispiel 150 Gramm Eiweiß aus Putenbrust liefern dir etwa 650 Kalorien. Ja, und wenn du ein Steak isst und da auf 150 Gramm Eiweiß kommen möchtest, dann nimmst du schon 900 Kalorien zu dir. Das heißt nicht, dass Steak das schlechtere Lebensmittel ist. Es ist nur einfach ein bisschen schwieriger damit abzunehmen, wenn man die beiden direkt vergleicht, weil du halt ein bisschen mehr davon essen musst, beziehungsweise weil du einfach mehr Kalorien aufnimmst, wenn du die gleiche Eiweißmenge isst. Das ist also kein grundsätzliches Argument gegen Steak. Nur Putenbrust macht es dir im Zweifel etwas leichter, ein Kaloriendefizit zu erreichen und dabei genug Eiweiß zu bekommen. Wenn möglich kaufe ich übrigens Bio-Putenbrust. Die macht meiner Meinung nach auch geschmacklich einen deutlichen Unterschied. Und damit komme ich zum zweiten Lebensmittel, den guten alten Eier. Eier haben gleich mehrere Vorteile. Erstens sind sie ziemlich günstig und zweitens kannst du sie sehr variabel einsetzen. Du kannst mit Eiern unglaublich viel machen. Normalerweise habe ich so ein halbes Dutzend bis ein Dutzend Eier, je nachdem wie viel ich davon esse. Das ist dann auch mal ein bisschen geschmacksabhängig. Bei mir im Kühlschrank auf Vorrat. Was wirklich schnell und eigentlich immer geht, sind ein mexikanisches Gericht, Achtung, Juevos Rancheros, die bekommt wirklich jeder ratzfatz hin. Und wenn du der Meinung warst, bisher du kannst nicht kochen, dann bekommst auch du die ratzfatz hin. Du brauchst dazu nur vier bis fünf Eier. Dann als zweites Essensreste vom Vortag. Da passt so gut wie alles. Und drittens Salsa. Den packst du einfach oben drauf. Ich mag so eine scharfe Soße, die kriege ich hier bei mir bei Edeka von Fuego. Und die ist übrigens nicht wirklich scharf, auch wenn da scharf drauf steht. Und es gibt auch andere. Aber das ist die, die ich mag. Habe ich dir auch in den Show Notes verlinkt. Du brauchst hier also nichts mitschreiben. Ja und die Zubereitung ist wirklich simpel. Du erhitzt einfach auf mittlerer Hitze in einer großen Pfanne etwas Butter. Und dann gibst du die Essensreste und die Eier dazu und bringst alles kurz zum Kochen. Das servierst du auf den Teller und voila, fertig alles. Ich weiß übrigens, für diejenigen, die schon mal in Mexiko fahren, das sind nicht die echten Cuevos Rancheros, sondern es ist eine Variante, die ich dir hier gerade vorgestellt habe. Es klingt aber irgendwie leckerer und cooler, als würde ich dir hier sagen, das ist die Eireste-Salsa-Kombo. Oh, das klingt leckerer. Das klingt mehr nach Polbuküs. Punkt Nummer 3. Kartoffeln. Ich weiß, diejenigen, die total auf Keto machen und mega low carb, die mögen keine Kartoffeln oder dürfen die auch nicht so viel essen. Aber Kartoffeln gehören auf den Kaloriengehalt bezogen zu den sättigendsten Lebensmitteln überhaupt. Und das macht sie zu absoluten Rockstars unter den Lebensmitteln zum Abnehmen. Mein Favorit sind so Backkartoffeln aus dem Ofen, also eine große Backkartoffel oder meinetwegen auch vom Grill. Gerade in der Grillsaison liebe ich es, die einfach mit auf den Grill zu hauen. Und wenn du mich fragst, dann sind keine Kartoffeln auch keine Lösung. Vor allem dann nicht, wenn du intensiv trainierst, denn dann brauchst du auch was für deine Glykogenspeicher. Und da sind Kartoffeln wunderbar. Süßkartoffeln gehen natürlich auch. Ich nehme tatsächlich meistens die ganz normalen, die gelben Kartoffeln. Die haben etwas weniger Kohlenhydrate, kannst also mehr von essen, um die gleiche Menge Kalorien aufzunehmen. Aber der Unterschied ist wirklich marginal. Süßkartoffeln sind auch super. Punkt Nummer 4. Kokosöl und oder Butter. Ja, ich weiß, ich habe hier zwei Lebensmittel auf einmal genannt. Die funktionieren beide gleich gut. Zum Kochen und zum Braten. Ich könnte mit einem der beiden auskommen, wenn ich müsste. Also nur Kokosöl oder nur Butter. Und deswegen habe ich sie hier auch zusammengefasst. Das Wichtigste, was du bei Fetten im Hinterkopf behalten solltest, ist folgendes. Verarbeitete Lebensmittel haben einen unnatürlich hohen Omega-6-Gehalt. Also einen unnatürlich hohen Gehalt an Omega-6-Fettsäuren. Die sind für sich genommen nicht ungesund. Die sind auch in natürlichen Lebensmitteln enthalten und es ist alles gut. Das Problem ist, dass wir über die verarbeiteten, über die Fabrik-Lebensmittel gut das 10- bis 20-fache der natürlichen Menge von diesen Fettsäuren aufnehmen. Und die meisten Pflanzenöle, die du so kaufen kannst zum Kochen, die verstärken das Problem dann noch. Deswegen ist meine Empfehlung, nimm zum Kochen, also an hitzebeständigen Ölen am besten Weidebutter oder Kokosöl. Mein Favorit für Butter ist die irische Butter, Kerrygold, kann man ja sagen hier die Marke. Es gibt aber auch andere. Also jede Art von irischer Weidebutter ist super. Warum? Weil in Irland das tatsächlich so ist, dass die Rinder dort zum Grasen sich draußen bewegen dürfen. Also sie grasen wirklich, sie essen das, was sie natürlicherweise auch essen würden, eben Gras und nicht Getreide, was hier in Deutschland häufig zugefüttert wird. Und zweitens können sie sich bewegen und dadurch sind sie gesünder. Es ist für die Tiere natürlich auch schöner und du schmeckst das aber auch an der Butter. Du kannst ja mal einen Spaß machen, wenn du die Chance hast zu vergleichen. Weidebutter aus Irland und die typische deutsche Butter, die Weidebutter lässt sich auch viel besser streichen. Und das hängt auch mit den gesünderen Fettsäuren da zusammen. Das Kokosöl, wenn du Kokosöl kaufst, das sollte kalt gepresst sein. Und welches ich da verwende, das habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt. Übrigens, ich kann dir auch noch eine dritte Variante nennen unter diesem Punkt. Nämlich das Macadamianusöl. Das habe ich hier auch immer zur Hand. Ist auch ein super Öl zum Braten, zum Kochen für hohe Temperaturen. Es ist hitzebeständig und auch ziemlich lecker. Punkt Nummer 5. Gemüsemischung aus dem Kühlregal. Beziehungsweise Tiefkühlregal. Warum jetzt Tiefkühlware? Nun, das hat für mich zwei Gründe. Erstens, es spart ziemlich viel Zeit, weil ich überhaupt nichts zurechtschnibbeln muss. Ich reiße einfach die Tüte auf. Und da ist das Ganze schon so vorbereitet, dass ich direkt in die Zubereitung gehen kann. Und der zweite Grund ist, dass ich nicht immer wieder Dinge entsorgen muss. Das ist vielleicht eine persönliche Sache, aber bei mir ist es eben so. Ich habe, wenn ich Frischware kaufe, also aus dem frisches Gemüse und das lagern habe, dann kommt mir das so vor, als würde dieses frische Gemüse mich unter Druck setzen. So nach dem Motto, koch mich, iss mich, sonst sterben wir. Und ich sag's dir, dieses Mobbing durch frisches Gemüse, das ist echt. Also zumindest geht's mir so. Aber eingefroren sieht die Sache anders aus. Da verschwende ich nichts. Da wird auch nichts schlecht. Denn das, was ich nicht benutze, das kommt einfach wieder in den Tiefkühler rein und wartet dann da, bis ich mich diesem Gemüse widmen kann. Also weniger Verschwendung. Und das Ganze ist ja auch knackfrisch, wird halt abgeerntet und sofort tiefgefroren. Da geht also nix verloren. Und übrigens nur, dass wir geredet haben, Salat feiere ich auch. Aber ich wollte nicht schon wieder zwei Dinge unter einem Punkt hier unterbringen. Also ich liebe auch Salat. Das ist natürlich frisch und dann nicht gefroren. Und wenn es schnell gehen soll, dann verwende ich solchen vorgeschnittenen Salat aus der Tüte. Hab damit eine große Salatschüssel und fertig ist die Sache. Nächster Punkt. Nummer sechs sind wir jetzt. Quinoa. Also die Aussprache dieses Wortes finde ich immer wieder irritierend. Ich habe schon mal überlegt, ob ich einen Brief schreibe an die Kultusministerkonferenz. Vielleicht ändern die das ja bei der nächsten Rechtschreibreform. Quinoa wird ja mit Q geschrieben. Q-U-I-N-O-A. Ich bin ja für K-I-N-O-A. Wie Kino. Naja, ist ja auch egal. Ich bin überzeugt, dass Quinoa mit K am Anfang in einem Paralleluniversum da draußen auch heute schon korrekt ist. Und vielleicht komme ich ja sogar aus diesem Universum und jetzt bin ich auf einmal hier. Egal. Warum Quinoa? Nun, ich liebe Reis. Also ich mag wirklich diesen weißen Reis aus dem Reiskocher, der richtig perfekt zubereitet ist. Den liebe ich. Das Problem ist nur, dass es wirklich easy ist, mit richtig cool, perfekt zubereitetem Reis 2000 Kalorien am Tag in Form von Reis aufzunehmen. Für mich. Und Quinoa mag ich genauso gern, aber ich bin einfach viel schneller satt. Ich esse davon weniger, bis mein Körper mir sagt, jo, das reicht jetzt. Außerdem enthält Quinoa tatsächlich pro Kalorie mehr Nährstoffe als weißer Reis. Wenn Reis also kalorienärmer wäre und mich besser sättigen würde, dann würde ich auch mehr davon essen. Wer weiß, vielleicht ist Reis im Quinoa-Universum eher kalorienärmer. Vielleicht ist das der Grund. Punkt Nummer 7. Magerquark. Ich sage immer ganz gern, ich bin ein Süßer. Jaja, ich liebe Süßspeisen. Und Magerquark hat einfach eine Menge Protein pro Kalorie. Manchmal nehme ich auch Varianten davon, wie zum Beispiel Skier, kriegst du ja inzwischen überall in jedem Supermarkt. Oder auch in einigen Supermärkten hier bei uns um die Ecke, bei Rewe oder Edeka gibt es den Schichtkäse. Ähnliche Nährstoffzusammensetzung, schmeckt ein bisschen anders. Also hier kannst du ruhig variieren. Da ich aber natürlich nur einen Punkt nennen darf. Jaja, bleibe ich beim Magerquark. Süße, wo kriege ich die her? Ich verwende kalorienfreie Süßstoffe. Im Moment nutze ich dazu meistens Zucker Light. Und ja, dann kommt noch ein bisschen Zimt dazu und ein bisschen Mineralwasser zum Aufrühren. Und dann ist das Ganze schön cremig, fast perfekt. Fehlt nur noch ein bisschen Obst on top und dann ist das Ganze perfekt. Mh. Und das bringt mich schon zum achten Punkt, nämlich dem Obst, das ich da on top kredenze. Und da liebe ich am meisten Heidelbeeren. So, und wenn es jetzt keine Heidelbeeren gibt, dann nehme ich Erdbeeren. Und wenn es keine Erdbeeren gibt, dann nehme ich Äpfel. Es kann aber auch sein, dass es das eine gibt und ich nehme dann das andere. Ja, aber Nummer 8 ist das Obst mit wenig Zucker. Heidelbeeren, Erdbeeren oder Äpfel. Lass uns einfach Beeren sagen. Beeren sind nämlich perfekt zum Abnehmen. Die sind süß, die sind lecker und fast so kalorienarm, muss man nachgucken, sind fast so kalorienarm wie Gemüse. Und deswegen findest du in meinem Tiefkühlfach auch jede Menge Beeren. Ganz viele Heidelbeeren, Erdbeeren, auch Himbeeren, das was ich kriegen kann. Ja, und Äpfel sind nicht nur super im Quark, sondern das Schöne bei Äpfeln ist natürlich auch, dass du die einfach mal schön als Snack mitnehmen kannst. Und bei Äpfeln bin ich ein ziemlicher Gourmet. Es gibt für mich nichts Besseres, ach ich würde auch sagen, es gibt allgemein nichts Besseres als Elstar-Äpfel. Und wenn jemand mir sagt, Brebern seien am besten, dann weiß ich, ich hab's mit einem Amateur zu tun. Es ist doch so, wenn Brebern der VW Golf unter den Äpfeln ist, dann ist der Elstar der Bugatti. Okay, Äpfel sind einfach super, wenn du abnehmen willst. Ein Apfel sättigt ziemlich, finde ich, und hat gerade mal 100 Kalorien. Also trägt nicht so dick auf, auf die Kalorienbilanz. Punkt Nummer 9, Hüttenkäse. Hüttenkäse ist auch ziemlich kalorienarm, ist eine gute Proteinquelle und auch da setze ich am liebsten auf die Bio-Variante, denn die enthält die gesünderen Fette. Dein Körper verdaut Hüttenkäse ziemlich langsam und deswegen macht er so satt. Ja, und wenn wir jetzt mal das Ganze kombinieren, also die Brebern-Äpfel von eben, ein Apfel da rein und dazu noch ein bisschen Bio-Hüttenkäse. Da hast du bei, nehmen wir 200 bis 300 Gramm Hüttenkäse, eine perfekte, kleine, schnelle Mahlzeit. Und die sättigt dich schön lange. Hier ist noch ein Profi-Tipp am Rande. Wenn du da hast, ein bisschen Cylon-Zimt drauf oder auch Katscha-Zimt, je nachdem, welche Sorte du da hast, ist eigentlich egal. Bisschen Zimt drauf. Mh, das ist echt lecker. Nummer 10. Popcorn. Als Kind habe ich Popcorn geliebt und ich habe es dann vor einigen Jahren wiederentdeckt. Wo? Natürlich im Kino. Popcorn gehört aber tatsächlich zu den gesunden Süßigkeiten. Warum? Weil es eigentlich nur Mais ist. Es ist aufgepoppter Mais. Und damit gehört er zu den zellulären Kohlenhydraten. Also es sind keine verarbeiteten Kohlenhydrate, sondern es sind einfach die Kohlenhydrate, wie sie in der Pflanze enthalten sind. Und auch von der Kalorienbilanz ist es gar nicht so heavy. Wenn du eine Handvoll ungepopptes Popcorn nimmst, dann hast du gerade mal 200 Kalorien. Aber wenn du das Ganze aufpoppst, dann füllt diese Menge eine ganze Schüssel. Und je nachdem, ob du es lieber salzig oder süß magst, kannst du es danach auch kalorienfrei würzen. Nun, das bekommst du im Kino nicht unbedingt. Zumindest nicht das Süße, da ist nämlich ordentlich Zucker drin. Aber wenn du das Ganze zu Hause zubereitest und gerne süßes Popcorn essen möchtest, dann kannst du kalorienfreien Süßstoff nehmen. Wie zum Beispiel Xucca Light. Ja, und wer es lieber deftig mag, der nimmt Salz und Pfeffer. Das hat ja jeder zu Hause. Oder kann natürlich auch mit anderen Gewürzen experimentieren. Wir sind fast durch. Das war die Nummer 10. Das heißt, jetzt kommt die Nummer 11. Und das sind Flohsamenschalen. Flohsamenschalen sind ziemlich praktisch beim Abnehmen. Warum? Wenn du die isst, dann explodieren die förmlich in deinem Magen. Und du hast wirklich lange das Gefühl, genug gegessen zu haben. Außerdem, ganz am Rande, kann auch nicht schaden. Flohsamenschalen sind super für deine Verdauung. Sind super für den Darm, die Darmgesundheit und die guten Darmbakterien. Deswegen gebe ich in den meisten Fällen und vor allen Dingen dann, wenn ich abnehmen möchte, ein bisschen Flohsamenschalen in meinen Quark rein oder in meinen Protein-Shake. Die Betonung dabei liegt auf etwas. Denn Flohsamenschalen haben so einen getreidigen Eigengeschmack. Und die Dosis ist dann ideal, wenn du sie nicht wirklich rausschmeckst. Wenn du sie rausschmeckst, dann hast du wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Und es kann auch sein, dass du danach wirklich in der Ecke liegst, weil du so satt bist. Nicht, dass du sagst, ich hätte dich nicht gewarnt. Immer nur ein bisschen Flohsamenschalen. Also vielleicht ein Esslöffel voll. Ja, und bevor wir zum Ende kommen, ich habe noch einen Tipp für dich. Wenn du Looking Good Naked Leser bist, also wenn du mein Buch schon hast, dann schau einfach mal in die Toolbox rein. Vielleicht hast du die ja noch gar nicht entdeckt. Die findest du am Ende des Buches. Und die ist online. Also da sind nochmal extra Inhalte, die nicht ins Buch reingepasst haben. Und da findest du eine lange, lange Liste von hunderten von Lebensmitteln, die dir erstens lebenswichtige Nährstoffe liefern. Also das, was dein Körper braucht, um zu funktionieren, um gut zu funktionieren, um Leistung zu bringen. Und andererseits dir auch dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Darunter findest du auch viele gesunde, satt- und schlankmacher. Also mehr als die elf, die ich dir jetzt heute vorgestellt habe. Und den Zugang findest du im letzten Part des Buches unter extra. Und das bringt mich zum Ende der heutigen Folge. Jetzt ist dir vielleicht schon aufgefallen, ich habe unter diesen elf Lebensmitteln gar keine Würzmittel genannt. Und das hat einen simplen Grund. In diesem Universum erscheinen Gewürze einfach in meinem Schrank. Ich schwör dir, ich kaufe nie Salz, ich kaufe nie Pfeffer. Ich kaufe keinen Garam Masala und ich kaufe auch keine Chiliflocken. Aber ich habe sie irgendwie immer da. Also meine These ist, dass ich Salsa, scharfen Ei war, den mag ich nämlich auch, gezuckerten Ketchup, also den mit Zucker und nicht mit Zucker, Balsamico-Essig, Olivenöl, all diese Dinge, die manifestiere ich irgendwie. Das Zeug erscheint einfach in meinem Leben. Wer weiß, vielleicht ist das ja eine Nachricht aus dem Kinoa-Universum. Kurzer Hinweis noch zum Ende dieser Folge. Die Sarah Tschernigow, vielleicht erinnerst du dich noch, die war vor ein paar Wochen hier zu Gast bei Fitness mit Marc. Und zwar genau in der Folge 299. Da haben wir über ihr neues Buch gesprochen, No Time to Cook. Und was ich damals schon wusste, aber das war noch nicht spruchreif, ist, dass die Sarah einen neuen Podcast gestartet hat. Und den möchte ich dir ganz herzlich empfehlen. Schau einfach mal auf Sarahs Instagram-Kanal unter Sarah Tschernigow. Ich verlinke dir das auch nochmal hier in den Shownotes in deiner Podcast-App. Und da erfährst du alles über ihren neuen Podcast, der jetzt diese Woche gerade startet. Ja, und ich habe mit Sarah über ihren neuen Podcast auch schon gesprochen. Und das sagt sie selbst dazu. Bei mir ist ja auch gerade im Umbruch, ich komme jetzt mit einem neuen Podcast an den Start. Und ja, manchmal muss man auch Platz machen für die neuen Dinge. Ja, beziehungsweise es ist tatsächlich so, dass der No Time to Eat Podcast aus meiner Sicht jetzt wirklich auserzählt ist. Keine Sorge, also No Time to Eat, den Podcast gibt es auch immer noch, der wird ja nicht aus dem Netz gelöscht. Also ihr könnt euch alle Folgen noch anhören. Und tatsächlich bin ich jetzt gerade frisch mit einem neuen Podcast am Start. Aber zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das jetzt noch ein bisschen geheim. Aber wenn ihr einfach schaut, Marc, du packst den Link ja sicher in die Shownotes. Der neue Podcast, der geht über Ernährung hinaus. Da geht es um Energie, da geht es um Mindset. Das ist ein Podcast, der auch vor allem sich an eine weibliche Zielgruppe richtet. Wobei ich weiß, dass auch viele Männer mich hören. Also sind alle herzlich eingeladen. Und einfach nach einem knalligen lila Cover suchen und ganz weit oben in den Charts gucken. Da ist der neue Podcast. Und damit verabschiede ich mich. Nächste Woche haben wir nochmal ein Best-of. Und danach geht es dann mit einem frischen Podcast los. Und auch an dem arbeite ich im Hintergrund schon. Kannst dich drauf freuen. Also, bis nächste Woche erstmal. Diese Fitness mit Marc-Folge wurde dir präsentiert von Audible. Dort findest du über 150.000 Hörbücher. Hörbücher kosten manchmal 50 Euro und mehr. Im Abo bei Audible bekommst du jedes Hörbuch für nur 9,95. Auch wenn es regulär 70 Euro kosten würde. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du das Abo sogar zum halben Preis für 4,95 pro Monat. Und zwar für die ersten 6 Monate. Gehe dazu auf fmmbuch.de und sichere dir den halben Preis für ein halbes Jahr. Dort findest du auch Tipps, welche Fitness-Hörbücher ich empfehle. Das Angebot gilt nur, wenn du auf fmm wie Fitness mit Marc, also fmmbuch.de gehst. Cool, dass du bis jetzt drangeblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de-podcast Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf deinem Phone oder auf deinem Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine Fünf-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Deine Bewertung. 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 Vielen Dank.